Na, da drauf. Hatte ich auch, nachdem der Spielstand größer wurde. Okay. Hm. Dabei ist hier jetzt gar nicht arg viel gewachsen. Das war bei mir eigentlich schon von Anfang an. Dass es immer mal wieder geruckelt hat. Was ist jetzt dein Problem? Hm. Wir können es auch noch an HDD legen. Weiß nicht, ob das jetzt auch eine HDD benutzt. Ich glaube eigentlich, dass ich meine SD benutze. Auf Xbox leider ein Beispiel, wie eine Übersetzung nicht laufen sollte. Ist immer noch eine ältere Version als PC. Ja, die sind ein bisschen doof. Das ist dann immer ein bisschen doof. So. So, what's the matter? Why? Du bist ein bisschen beschränkt, ne? Ein klein wenig. Kann das sein? Denk mal. Ah. Oder es liegt daran, dass ich das Zeug in der Tasche habe. Das könnte auch sein. Kitsune! Hallo! Einen wunderschönen guten Abend dir! Na, wie geht's dir? Ich finde es so lustig, dass die Toilettenhäuschen hier steht und wir es nicht nutzen können. Also, dass wir es nicht nutzen können, finde ich schade. Oh, dass ich dir wirklich wie einem Lehrring auf die Finger schauen muss, dass das hier funktioniert. Ja, Kerle, da müssen wir was dran ändern. Ist das klar? Ich lebe noch und du, ich auch. Siehst du ja, ich sitze vor der Kamera. Wäre seltsam, wenn ich jetzt nicht leben würde. Das wäre wirklich seltsam. Der faulste Zombie aller Zeiten. Wir brauchen definitiv einen neuen Zombie. Einen besseren. Jetzt wieder. So. Bei mir wurde eine Kiste, die als verbindet... Bei mir wurde eine Kiste, die alle verbindet Buggy. Musst die wieder wegnehmen. Hast du die Eselkacke aufgehoben? Ist schon lang. Schon lang. Ist ja schon lang her mit der Eselkacke. Ah. Hier sieht gut aus. Friedhof sieht gut aus. Das dauert noch und... Fisch. Warum kann ich nur weißes Fischfilet machen? Äh. Nein. Wie, nein. Aber hier liegt doch nichts. Ich wünsche dir aber auch einen schönen Abend. Gehst du schon ins Bett, Kitsune? Dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Die Eselkacke war ein Easter Egg. Die Eselkacke... Äh. Die Eselkacke ist ja schon lang her eigentlich. So, beim ersten Mal. Und hier lasse ich dir noch was. Ne? Und dann lässt er die Hinterlassenschaft. Und wir fragen ihn noch, ob er das unbedingt hier machen muss. Hä? Siehst du? Witzig. Du kannst durchlaufen und bekommst einen Speedbuff. Ach Gott. Nee, nee. Nein, nee. Willst du nicht loswerden? Nein. Nein. Ich will niemanden loswerden. Ich freue mich über jeden, der da ist. So. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Ich freue mich, so viele hier zu sehen. Und dass ihr dabei seid. Und in unserer Kirche. Und ich habe mir ziemlich viel Mühe gemacht. Und ich habe echt keine Ahnung, was man an so einem Tag sagt. Wir beten mal darauf, dass das Menschenfleisch auch nicht allzu sehr für euch das ist. Also ich meine natürlich das Rindfleisch. Und ja. Danke. Bis zum nächsten Mal. Nehmt gern euer Geld. Was sagt man so? Ja, Evie ist einfach Zucker. Evie habe ich immer ganz gern. Du, zweinzig. Kann man so ein Bullshit labern. Damit hat man Schub bekommen, wenn man sie nicht aufhebt. Er weiß Bescheid. Flutscht gut. Ja. Evie ist einfach klasse. Ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Weil es für sich echt cool ist. Und weil es auch sonst eigentlich sehr viel kann. Ob es sich jetzt weiterentwickelt oder nicht, ist bei Evie eigentlich relativ egal. Und das finde ich toll. Okay, da kriegen wir Bruder her und ui. So, ich wollte nämlich erst die Sachen in der Kiste machen. Dafür reicht es nicht mehr. Aber hierfür. Und hierfür. Flüssigkeit und Essenz. So. Ich wollte es mal gucken. Dankeschön, wir kommen jetzt voran. Dieses eine Gebet hat uns noch einmal geholfen. Können wir hier rausnehmen. Das können wir noch drin lassen. Das können wir auch drin lassen. Das brauchen wir ja später noch. Das können wir auch hierher tun. Ich muss noch Bienen sammeln. Ups. Äh, die DLC. Also selbst ohne, dass man die DLCs nutzt. Oder, ja, nein. Ich finde es mega. Also dadurch, dass wir auch mehr Sachen haben, mehr Interaktion mit unserem lieben Esel. Ich kann ihn absolut nicht leiden. Ich finde es klasse. Ich finde es klasse. Doch, also das DLC, die Updates, die auch dadurch kamen, sind echt gut. Macht noch mehr Spaß wie vorher schon. Echtes Feen-Ding hast du? Ich mag Felinare. Oh, ich mag alle Entwicklungen. Ich mag wirklich alles an Evie. Wirklich alles. Für mich gibt es nichts an Evie, was man nicht mögen kann. Betrieben. Ja. Den dritten habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Und da wollte ich jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten, weil ich glaube, das werden mir jetzt auf einmal ein bisschen zu viel Info. Weil es ist jetzt schon, seit ich die DLCs habe und installiert habe und dann letztens gestartet habe. Oh, da kam so viel Information auf mich zu, dass ich doch erstmal, sagen wir mal, so geschluckt habe. Dachte, okay. Und das behältst jetzt alles in deinem Kopf. Du weißt zwar noch nicht wie, aber du kriegst es irgendwie hin. Auch die zwei DLCs, ne? Game of Crone und... Game of Crone. Ja. Wort unsympathisch. Nein, Spaß. Jeder so, wie er mag. Aber ich mag grundsätzlich den Feen-Quatsch nicht in Pokémon. Da kann Evie auch nichts dafür. Ja, das stimmt. Ein paar Feen finde ich aber auch so... War total sinnlos. Was sollen die da jetzt? Aber, naja. Game of Crone ist für mich der dritte. Ja. Game of Crone ist ja eigentlich der zweite. Der dritte ist ja... Better Saved Souls. Wie ist der erste nochmal? Soul weiß das garantiert. Soul weiß einfach... Einfach alles. Könnte man manchmal meinen. Könnte manchmal meinen, dass Soul echt alles weiß. Breaking Dead. Siehste? Siehste? Soul weiß das mal wieder. War eine Entspielung an die Serie Breaking Bad. Ja. Genau. Das habe ich mir erzählt. Ah, siehste. Ich kann es uns doch... Stranger Sins. Genau. Breaking Dead. Ja, Breaking Dead. Stranger Sins. Game of Crone. Und Better Saved Soul. Aber, ähm... Breaking Dead ist ja inzwischen integriert ins Hauptspiel. Das ist ja in dem Sinne gar kein DLC mehr. Wenn ich mich noch richtig entsinne. Oder ich habe den DLC einfach schon längst gekauft gehabt. So. Pferd Flüchtlingslager. Wir können ja jetzt... Wir nehmen jetzt wieder einige Steine mit. Dann reißen wir. Wir kaufen die paar Steine. Lass mal die auch los hin. Hallöle. Handeln. Apicci. Dankeschön. Ah, es dauert eine Weile, bis man dich überzeugt hat. Und hier haben wir eigentlich nur... Eisen. Kann ich das überhaupt... Aber... Ne, kann ich noch nicht mal wegmachen. Hm. Bienen brauchen wir auch noch. Ähm... Nicht bei Microsoft. Ja gut. In Better Saved Soul gibt es jede Menge Anspielungen an die Ghostbusters. Was von Anfang an nicht. Das ist... Äh... Ja... Better Saved Soul gibt es noch nicht für die Xbox. So weit ist es ja auch noch gar nicht. Ist ja erst bei Steam rausgekommen. Hallo, die Mühle funktioniert nicht. Tut mir leid. Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade. Aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofsferde. Schön, dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Gut. Ruby, du hast Mehl. Sorry. Kann ich nichts machen. Okay. Ja, wir brauchen Marmor. Mit dem Camp muss ich nur ein bisschen üben. Da bin ich nicht sonderlich gut drin. Das, äh, ich kann das nicht entfernen. Gut. Na, es kommt drauf an. Bei manchen Spielen sind die Consoleros die ersten. So wie bei Horizon Zero Dawn. Nichts nicht für den PC. Es gibt halt von, von allem etwas, ne? Von allem auch ein erstes Mal und so weiter. Ach, wird auch aufzurattern. Nur weil es regnet. Na. Oh, komm doch her. Mistviecher. Rauf jetzt. Äh. Alter, übertreib halt. Ja, und jetzt soll ich den Honig fressen, den ich gerade gesammelt habe. Mal eine Biene dazu bekommen. Okay. Okay. Wir müssen wohl den nächsten Tag warten. Inwachs ist wiederum super. Und wir uns mal kurz aus. Und ein bisschen verkrampft von der Arbeit. Wenn man den ganzen lieben Tag spät, geht einfach überall hin. Im Bein, im Rücken. So, jetzt gehen wir zum Flüchtlingslager. Von hier aus können wir nämlich rüber. Dann können wir uns auch noch ein bisschen Kohle mitnehmen, weil die brauchen wir schließlich auch. Dann müssen wir nicht so viel Holz verbrennen. In der neuen Spitzhacke kriegen wir wenigstens einiges raus. Ist schon mega. Ich mag die neue Spitzhacke. Die gefällt mir. So. Die Mine ist voller giftiger Gasse. Wenn ich nur jemanden hätte, der nicht atmen müsste. Oder atmen muss. Ah. Wenn es doch nur so leicht wäre. Ich brauche mal auf jeden Fall. Papier, Nägel und Balken.